Stellenausschreibung Gesucht wird ein Finanzminister oder auch Ministerin. Sie sind ein echter Macher? Und suchen die Herausforderung Ihres Lebens? Dann ist unser erfolgversprechendes Langzeitprojekt genau das Richtige für Sie. Sie haben ein Händchen für Finanzen. Sie arbeiten gerne mit der Presse zusammen. Sie haben keine Angst vor großen Zahlen. Und Sie können sich gut verkaufen. Der Finanzminister ist das Ekelpaket der Regierung, das in Ordnung so ist. Und sogar richtig gut. Als Gratifikation erhalten Sie ein hochwertiges Dienstfahrrad sowie eine antike Kunstsammlung. Ihr Amtssitz ist freundlich und transparent gestaltet. Seit Generationen arbeiten hier die beliebtesten Politiker Deutschlands. Wer wir sind? Der weltgrößte Anbieter von Sozialleistungen. Bewerbung an den nächsten Bundeskanzler oder, wenn's denn sein muss, auch Kanzlerin.